Jo Leute, und damit willkommen wieder zurück zu Spark Challenge! Wie immer mit den Flash-Shooter! Eeeeeeeee! Mit den Bekloppten von nebenan! Naaaa! Alter! Ich muss erstmal gucken, wo welche Welt war. Achja! Ich war ja im Dschungel zuletzt. Ja! Ähh... Da war ja was. Ach ja. Grüße dich, ich weiß auch nicht, wo lang. Immer gegen den Kompass laufen. Meine FPS sprach so ein bisschen rum gerade. War das nicht letzten Mal auch schon so? Ja, das stimmte ja. Aber da hat es richtig einen Gefangenzug. Ja, weil du im Dschungel warst. Kühe machen Mühe. Ich habe ja letztes Mal eine Pyramide gefunden. Ja? Ja, das ist heftig. Wie lange haben wir jetzt dich gezockt? Eineinhalb Wochen? Ja, bestimmt. Aber wir haben ja ordentlich aufgenommen. Wir nehmen ja Gott sei Dank genug im Voraus auf. Allgemein sowieso. Ja, ist auch besser so eigentlich. Ich laufe mal weiter, vielleicht finde ich auch mal irgendwann einen Dschungel. Derbt, Kühe! Ach, sie haben Kühe in Ruhe. Die haben nichts getan. Derbt! Ich brauche mehr Leder noch. Ach ja, du musst ja noch ein paar Bücher machen. Obwohl, ich habe die Bücherregale ja eigentlich schon. Ja, 15 Stück, ne? Hm. 15 Stück. Was? Eine Table brauchst du. Ja. Was sehr mies war, dass ich kein Artslab gefunden habe. Mhm, das fand ich ganz gut. Ganz mies. Ich fand's ganz gut. Ich hab gar nichts geschafft eigentlich. Naja, ich weiß auch gar nicht wie viele Ziele ich jetzt habe. War so ätzend. Ach, warum ist schon wieder Random aus? Warum? Was ist das denn so? Manchmal ist das nervig, wenn BinAmp dann Random aus ist. Ohhhh. Können alle nach und nach abspielen, weil jetzt kommt das mal 8-Bit-Mucke, ja. Ach, Bit-Mucke. Oh ja. Oh geil. Komm, dann lasse ich das noch einen Moment aus. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, die Partnerschaft habe ich jetzt in Griff darauf. Oh. Ich habe eine neue Pyramide gefunden. Hihihi. Erstmal die Druckplatte wieder mit entfernen. Yeah. Ich halte immer so ein bisschen bei dir im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Wieder mal. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Also da ist lieb, was gerade läuft. Da habe ich Content-Treffer, also Drittanbieter recht drauf gehabt. Wobei ich die Lizenz dafür habe. So ist es echt ätzend. Ach jau. Diamant-Pferde-Rüstung. Nice. Fatsi, Leute. Wo bist du? Kriegst keins. Doch. Nö, nö, nö. Obwohl ich hätte das TNT mitnehmen können. Egal. Das ist mies. Aber wenn du im Dschungel bist und echt keinen siehst. Das freut mich für dich. Ich laufe jetzt auch zurück. Scheiße, Wurzel, Leute. Ich laufe jetzt noch weiter. Ich habe ja noch gemessen. Ja, ich bin schon viel zu weit gelaufen. Dann tröste dich. Meinst du ich nicht? Das ist meine zweite Wüste, wo ich jetzt durchlatsche. Die sind ja super groß. Mhm. Ist es dunkel? Äh, bei mir... Habe ich mein Bett mit? Jupp. Und ich habe gerade eine Diamant-Pferde-Rüstung gefunden. Mhm, habe ich auch schon. Kann ich auch mein Pferd überziehen. Dann kann ich... Mit dem wilden Westen laufen. Was dauert noch, bis es dunkel wird? Bei mir ist gerade dunkel geworden. Oh, you can only sleep at night. Mhm. Ja, die Sonne fast unter. Aber nein, you can only sleep at night. Ja, kennt man ja. Oh, du kannst so nachts schlafen. Jetzt geh ich schlafen, man. Die Sonne ist fast unter. Bis du denn... Was ist mit diesen verfickten Dschungel hier los? Echt, ey. Ich habe so eine Frame-Einbrüche manchmal. Ich weiß es nicht. Toll. Wüstendorf. Wüstendorf. Ganz viele Jungles. Ich habe Wüstendorf gefunden. Jeha. Ja? Ja, aber schau mal ein, weiß nicht, viertes oder so Dorf. Ach so. Ich finde hier gerade Wassermelonen, aber die brauchen ja nicht mehr. Nee. Brauche ich... Ach ne, die muss ich noch zurückbringen. Aha. Da war ja was. Ich habe die neue Agentar. Ah. Wolltest du nicht eigentlich zurücklaufen? War das nicht so? Ja, wollte, aber... Ich habe dann die Pyramide gesehen und dachte mir so, oh jetzt kannst du doch noch ein bisschen weiterlatschen. Hm. Weil ich gucke gerade mal so. Ähm, warte mal. Habe ich Monster eigentlich irgendwo an? Ja, normal, okay. Ich weiß es gar nicht. Einfach. Hat sein können, dass ich die zwischendurch mal auf einer anderen Map ausgemacht habe. Weil ich habe die ganze Zeit keinen normalen Minecraft gezockt. Nee. Lieber unser Mudpacker mehr gezockt. Ja. Wo wir zwischendurch voll die Probleme hatten. Voll auf Ecstasy sind die jetzt hier. Wie du ne? Haaa. 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 Schluck mal. Haaa. Ja die machen immer... Haa. Schluck mal. Boah, was ein geiler Tausch. Ein Smaragd, ein Whetstone. Ach, drei Whetstone. Das mache ich mal. Mal gucken was da passiert. Achja. Angeln muss ich ja noch. Stimmt. Ja, da war ja das. Hihihi. Ich angle mal hier noch. Hebe im Bett für unterwegs dabei Ey, supertausch! 9 Smaragde gegen ein Enderauge Du weißt gar nicht, was? Der Klamfisch hat mal noch gefehlt, ne? Ja, ich hab ja alle Aber das Geile ist, ich eingegrabt und mein Inventar soll Das kommt gut Sonnenblumen, was soll ich damit? Weiß ich nicht, die zeigen dir den Sonnenstand an Will ich aber nicht Oh, was willst du eigentlich? Ocelot finden, hast du eigentlich Hunde schon? Nö, ich will dir ja in den Arsch treten, das will ich Kannst aber nicht, kannst aber nicht Irgendwann kommt das noch Ich will dich nicht besuchen, ich will dich mit dir nicht treffen Bist du nächstes Jahr Gamescom? Mach ich diese auch schon Immer jedes Jahr, hallo? Okay, weil ich will dann eigentlich auch da sein Jedes Jahr Ja, das ist ja nicht so weit weg Bis nach Köln ist auch eine Stunde Ja, ein paar länger Kommt auch an, auf welchen Speed ich schalte, ob ich Lust hab da ganz schnell hinzukommen oder nicht Ja, vier Stunden schon Wie du, ne? Mhm Ja, würde ich aber dann an deiner Stelle mit dem Zug hinballern Das sind wir ja auch Aber das war scheiße, das war wirklich unbequem Ja Kannst du nichts marken Wie froh ich war, wo wir raus waren Tröste dich Mein Bruder wollte ja dieses Jahr auch mitkommen Äh, nächstes Jahr dann Okay Und dann hat er bis dahin Führerstand und ein Auto Und wollte eigentlich mit uns mit dem Auto hinfahren Ja, mit dem Auto ist immer auf so einer langen Strecke Ja, gut, ist gemütlicher, ne? Ja Kannst du aber irgendwo kurz einen Moment anhalten Mhm Das Problem ist Parkplätze, ey Ja, kommt immer drauf an, ne? Also ganz freudig sind die nicht, die Parkplätze Nö Pferde Für kurz reicht das ja Also sind die Ocelots ausgeschaltet oder was? Nö Ich war das, ich hab die bei dir ausgeschaltet Na ja, stimmt ja Nö, ich hab bei dir eine Spawnrate von 0,5 gemacht Mhm Aber du hast auch noch keine Ocelots gefunden Nö, ich suche hier grad einen Dschungel Ich hab ja Hunde, hab ich ja schon vier Stück Na ja, Dschungel hast du ja überhaupt nicht gefunden, stimmt ja Nö, 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 ich bin ja dabei Ich laufe die ganze Zeit nur in eine Richtung Das mache ich so lange, bis ich nur noch 30 Hühnerkeulen hab Oder 25 Hä Nö Nö, ich hab jetzt ein ganzes Deck letztes Mal mitgenommen Mhm Dann hab ich gedacht, komm, läufst du und warte an Essen hast du Dann kannst du immer durchlaufen Ja Du kannst aber essen, wenn man nix findet, echt Ja Grüße dich, ich ärgern mich auch Oh mein Schweine Obwohl ich kann, ist keine Schuld Warum nehme ich mir mit dir auf? Weiß ich nicht, was Gerne machst du das Nee, du bringst Pech Nee, ich bring Glück Ich hab ein Zielglück, sag ich ja nur beim letzten machen Mhm Gumm Gumm Wohnstrattö- ach, Schweine töten Bisschen Fleisch damit, ne, dann kann ich nur weiterlaufen Doch Ich nehme mir jetzt ein bisschen Essen mit Uuuh, UUH Da wollte ich nicht runterfallen, da war eine Schlucht schade das wäre geil gewesen ich hätte sowas von gelacht und das ist verdammt weit weg verdammt weit weg weil die sonne geht so langsam runter kann mich auch eine sonde orientieren wo ich lang muss ich ja gut könnte ich auch aber ich hab jetzt noch mal kompass mit weil hinter mir ging die nämlich auch immer unter na gut das ist natürlich aber mir geht es links und rechts links runter und rechts auf der hand orientiere ich mich dran doch mal ein otzelort willst du mich verarschen doch doch auf jeden fall so wie immer so wie sich das gehört lavasee o lavasee kommen so ein heißes bad hinnehmen oder fast ja manchmal das mal doch kommt schon wieder ein paar hühnerkollen hier rein pfeifen ich will dass du stehe ich ne lass mal ich sag nur 13 tode ja ist aber nix neues leck mal slack mal slack mal slack hallo kann jetzt ist die dritte wüste die ich gerade durchstreifen nein es kommt aber kein dschungel danach muss man vielleicht in die anderen richtungen laufen ich laufe jetzt erstmal in die richtung ich weiß gar nicht viel blöcke ich jetzt schon weg bin mal so ein bisschen ringsrum suchen 5000 blöcke hallo wenn du die ganze zeit in eine richtung läuft hast du keinen alltag 6000 ja das geht ja noch ja das wird zu langsam dunkel ich glaube ich sollte mir mal ein brett aufschlagen ja und grüß dich bei mir wird es auch dunkel wieder hallo setzt du mal das brett da hin laufe jetzt gute nacht ja oder habe ich irgendwie was falsch eingestellt ich glaube aber nicht ne eigentlich sind das hier standard einstellen ich hab nix geändert wie gesagt das wollte doch gerne mit den spawndings ja ich hab nur diese komischen akazien wo diese komischen akazienbäume dabei sind ne mhm die hab ich immer das nehmen dieses sehr normal dass das da direkt nehmen ist ja dieses dürre zeug schon wieder ein dorf ja hihihi schon wieder ein dorf also vier minuten haben wir noch ja hab schon gesehen jetzt haben wir vier minuten n'n dorf n'n dorf aber bestimmt wieder keine schmiede dabei ich hab eben mal dran gedacht da mal wieder rauf zu gucken weil das voll vergessen irgend keine schmiede aber egal Weizen mitnehmen kannst du immer gebrauchen ja wie auch immer wenn du den Weizenfeld eigentlich hast ja hab ich ja aber nirgendwo unterwegs ist das ganz okay so random wieder anmachen so hier gibts Milon oh warte mal du kannst mir doch aber echt kein Ocelot ne ne für warum auch für dich oder ist das so dass wir auch jetzt in anderen Gebieten mit spawnen ne eigentlich nicht in der Wüste hab ich auch schon gesehen Ocelots ok ok so 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 guck mal was hast du noch für n tausch für mich ich tausch grad die ganze meine ganzen smarkte ich weiß gar nicht wer ich damit machen soll sonst mhm hä kannst du jetzt mal hier umschalten komm mach ich nochmal so natürlich such jetzt grad die ganzen Dschungel die ich hier noch nicht hab ooo geil ne diamanttspitzhacke plus vier emmöballs bekommst du eine Glückspitzhacke mit glück eins und effizienz zwei mhm naja für wenn den keinen erfahrungspunkt hast aber genug davon ist das ganz ok ja aber sonst wie schon mal gesagt sonst finde ich immer so viele Ocelots und jetzt wenn man braucht dann findet man keinen ey hast du Weizensamen in der Hand kommen die ganzen Hühner angedackelt mhm ich hab da noch Platz im Inventar und hat's mal heute scharf nein lass das ame Schaf in Ruhe nö keine Lust das kann nicht dafür dass du's nicht magst mag dich nicht aber Schafe sollten eigentlich auch mal Fleisch stoboppen ja Lamm Lammfleisch äh Lammkeule muss ja richtig was edles sein wenn wir schon Rindersteaks haben hier vielleicht kommt das ja noch äh können wir wieder vorschlagen aber dann kann man ganz schön lange drauf warten bis das wirklich kommt ja ist aber auch egal boah ey dieses Gelänge hier ne oh weinen nicht und weiter geht's das sind die besten Folgen nur laufen Na Ocelot bist du vielleicht rausgerannt hier irgendwo wie hast du eins gefunden? nö nicht außerhalb meine ich vom Dschungel vielleicht in den Dschungel kann ja sein vielleicht drum mal rumlaufen einmal komplett um Dschungel kann ja manchmal sein dass sie irgendwo anders noch mit reinlaufen ins Gebiet ja ist ja auch so deswegen einmal komplett rumlaufen und vielleicht 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 aber nur vielleicht findest du dann was nö glaub ich nicht so dran du ja nicht du hast ja super Glück mhm Lederfleisch wei nicht rum ach du mir auch hallo könnt ihr mal sterben danke Gnacht 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 hab ich keinen Platz mehr im Winter außer bei mir schon wieder Nacht und die Folge ist gleich schon wieder zu Ende hm ich weiß dass die Folge gleich zu Ende ist paar Minuten noch ja paar Minuten noch paar Sekunden noch ja du hast mir voll zugestimmt den dabei ja so komm bist auch so ein bisschen Matsch im Hirn ne Matsch im Hirn Matsch im Hirn naja du Hühner was wollt ihr Matsch im Hirn so ja ja ich geh jetzt ins Bett und wende ich eigentlich die Folge mhm ja können wir mal paar Sekunden paar Sekunden paar Sekunden paar Sekunden paar Sekunden jo Leute ich geh dann hier raus jo dann würden wir sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.